Mein Name ist Ferner Hörner, ich bin Professor für Medienwissenschaften einer Hochschule Düsseldorf. Das Songlexikon ist ein online verfügbares Lexikon. Die Songs werden analysiert im Hinblick auf die Entstehungsgeschichte, auf den kulturellen, gesellschaftlichen Kontext. Und der Hauptteil ist dann die Analyse vom Text, Musik, Bild und deren Zusammenspiel. Das ganz langfristige Ziel ist natürlich zu versuchen, ein relativ repräsentatives Abbild dieses großen Bereichs zu machen. Das Song hat seine eigene Geschichte.